Die Weber Heidenfeld präsentiert den Elektro-Wandkamin WK200. Wählen Sie aus der mitgelieferten Dekoration Holz, Kiesel oder Kristallglas. Die Steuerung erfolgt über das Touchpanel oder die Fernbedienung. Schalten Sie den WK200 ein und wählen Sie zwischen 10 Farbdesigns. Die Wärme- und Heißluftabgabe erfolgt nach vorne. Der verbaute Überhitzungsschutz und das Temperglas sorgen für die nötige Sicherheit. Verändern Sie die Helligkeit in fünf Stufen. Die 3D-Flammen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Egal ob versenkt oder frei hängend, der einfache Wandeinbau sorgt für einen wahren Hingucker in Ihrer Wohnung. Nutzen Sie energiesparendes Heizen in zwei Stufen. Stufe 1 mit 750 Watt Stufe 2 mit 1500 Watt Der WK200 ist in zwei Designs und sechs Größen erhältlich. Heizen ohne Gas, dank des WK200. Die Schalthy-Catt SSL mit 50 Watt elbermiöぐ skiier Elbermiöger Euro-Kulme 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 Untertitelung des ZDF, 2020